Rot A Rot A nicht schneiden Äh, Rot A Schneiden Äh, Blau B Nicht schneiden Äh, Rot A Schneiden Äh, Rot A Nicht schneiden Rot A Schneiden Done Okay, jetzt müssen wir nur ein Sternchen machen Äh, Blau Weiß Lämpchen an Kein Stern Blau Weiß Lämpchen an Äh, jetzt kommt diese Anschlüsse Äh, DVI Äh, Internetanschluss Mono Stereo Äh, dann habe ich noch Einen ganz langen Pinken Mausanschluss Ganz langen Pinken mit ganz vielen Löchern Ja Schneiden Schneiden Äh, Roten Weißen Rot Weiß mit Lampe und Stern Rot Weiß Lampe Stern Lampe Stern Okay Äh, wie viele Batterien hast du? Äh, Zwei Äh, Schneiden Äh, Blau Blau Lampe Stern Blau Lampen 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 Nicht schneiden Äh, Blau nichts Äh, Blau nichts Warte, nee, warte, ich muss noch mal kurz gucken Für den, gerade eben 50 Sekunden Äh, den Ich schneid gleich einfach Den, mach den, den nächsten, ja? Nur Blau ohne Lampe Blau ohne Lampe Ja Dann ist die Seriennummer Kein Stern, nichts Seriennummer Äh, wo hab ich die? Null Ist null gerade? Ja Und schneiden Äh, Rot mit Stern Rot mit Stern Den letzten schneide ich gleich Ja, schneiden Äh, und Weiß nur mit Stern Weiß nur mit Stern Schneiden Okay Ich hab nicht mehr genug schneiden können Achso, für den, für den zweiten, ne? Äh, Timer ist ausgelaufen, ja Wir hätten noch, wir hätten noch einen haben müssen Oh, puh So So Nicht mehr lang Wir machen jetzt erst die leichten Die beiden leichten machen, dann brauchen wir nicht Dann bräuchte ich nicht sagen, welche, äh, äh, es sind Leicht, leicht Dann mache ich die mit der Reihenfolge, Reihenfolge Und dann kommen die mit den Sternchen und Lämmchen Genau Los geht's Rot B Achso, ich hab gedacht, du trägst mir einen ganz leichten Namen Achso, okay, dann, äh, stimmt ja, ähm Fünf, ich hab Fünf Kabel? Fünf Kabel Ist das letzte schwarz? Nein Okay, äh, hast du ein rotes? Zwei Okay, äh, hast du schwarze? Eins Okay, erstes Kabel Läuft Äh, sechs Kabel Keine gelben Okay Ist die letzte Zahl der Seriennummer gerade? Äh, da, 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 wo ist die? Äh, sechs, ja Okay, nee, ich muss nix machen, äh, wie viele gelbe hast du? Nicht einen Keine weißen Achso, stimmt, hast du rote? Eins Äh, viertes Kabel Viertes? Ja Gut So, jetzt machen wir aber eher Rot eins Äh, Rot B Rot, B nicht schneiden Ähm Schwarz, B Schwarz, B schneiden Äh, Rot, B Rot, B schneiden Ähm Äh, Rot, B Nicht schneiden Äh, Rot, C Schneiden Äh, Schwarz, B Nicht schneiden Äh, Schwarz, B Nicht schneiden Rot C Rot C, nicht schneiden Schwarz C, äh Blau C Blau, blau C C, nicht schneiden Okay, nächstes Schwarz C Schwarz C, schneiden Rot C, schneiden Fuck Äh, Rot C Nicht schneiden Blau A Nicht schneiden Schwarz A Schneiden Boah, das ist zu schwer zu sehen, wenn es dunkel wird Schwarz A Äh, nicht schneiden Äh, Schwarz C Schneiden Äh, Schwarz C Nicht schneiden Äh, Rot A Schneiden Okay, dann Äh, erstes Sternchenrätsel Ähm, Rot, Blau Sternchenlampe Sternchen Lampe Und Rot, Blau Also alles, was ich bei mir haben kann Ja Also es ist Rot, es ist Blau, es hat Sternchen und LED Genau Äh, nicht schneiden Äh, Blau und alles Blau und alles Äh, was für einen Anschluss hast du? Äh, den ganz langen pinken Durchschneiden Ich weiß, ich weiß doch, wo es drauf ankommt Äh, weiß alles Äh, schneiden Ähm, Blau, Weiß Nur Lampe Blau Äh, schneiden Äh, Rot, Weiß Nur Stern Äh, schneiden Äh, nur Weiß Sonst nichts Dann Letztes Zwei Minuten dafür Blau, Weiß, nur Stern Äh, ja, doch Blau und Stern Blau Blau, Weiß, Stern Genau Nicht schneiden Äh, Blau, Stern und Lampe Äh, Blau Blau, Stern und Lampe Ja Schneiden Äh, Blau, Weiß Lampe Blau Äh, schneiden Äh, Rot, Lampe, Stern Äh, wie viel Batterien hast du Ähm, da sind es Äh, vier Schneiden Weiß Äh, doch, weiß Äh, weiß ohne alles Schneiden Und jetzt muss ich auch schneiden Ich hab nur noch ein Kabel Und ich hab nichts Ich will nicht wissen, wie lange jetzt an dem Ding saßen, ne? Halbe Stunde Stimmt Das ist dein Essen, wie es ist, schon verbrannt Nö, Mann, ich esse doch die ganze Zeit nebenbei Wir hatten aber noch, wir waren richtig gut diesmal Wir hatten noch vier und fünf Sekunden Aber jetzt haben wir glaube ich Also ich hab glaube ich alles, was in meinem Heft ist, haben wir schon mal gemacht Wir haben alle Rätsel schon mal gemacht Ja, schon länger Ja, jetzt haben wir die auch alle richtig verstanden Das, das stimmt, ja Computer Hacking Note Venting Prevents Explosion Ja, das ist das, was du machen musst Das immer mit dem Yes drücken Genau, aber weißt du, was schön ist? Fünf Minuten, sieben Module Wenn da ganz viele normale Wirecuts sind Ja gut, trotzdem Ich muss dabei noch, äh Yes drücken Oh Mann Ich hab einmal schon gefehlt Weiter geht's, YOLO Oh, Simons Quest ist dabei Alter, wie viele Vent Quest sind das? Ach du Scheiße Das komische Quest-Dingens, äh, das Screen-Dingens mit den Punkten Grüner Punkt ist auf D4 der eine D4 Ja, und der hat zwei, äh, D6, ne? Startpunkt ist F1 F1, ja Endpunkt ist auf C4 Also ein über dem einen Punkt Ja Äh, geh auf, geh rechts auf die Höhe Welche, so lange rechts, bis ich unter denen bin? Ja, und dann nach oben Okay, dann Vent Gas Yes Alter, die gehen alle an Ja, viermal muss ich jetzt Yes drücken, alle Sekunden Äh, Simons Quest Äh, Rot blinkt Ne, du musst mir jetzt erstmal sagen, äh, ob die, ob, mit den A, I, O, U, Vokal Was? Vokal, Seriennummer Ähm, nein Kein da, gerade Kein, kein Vokal, gut Äh, was blinkt? Äh, warte Drücken Äh, Rot Rot, dann drückst du Blau Grün Rot, Gelb Rot, Gelb Dann drückst du Blau Grün Boom Was? Aber ach, wir haben Fehler gemacht? Ja Ja Vielleicht, ah, ich bin in der Seite gerückt, ja Simon Says hat uns umgebracht Mhm Alter, das sind fucking viermal Yes bestätigen, die ganze Zeit Egal, weiter geht's Ne, du langweilst dich doch, ich hör das Ja, ja Wenn du dabei essen kannst, dann ist das nicht anstrengend So, dann machen wir Simon Says direkt am Anfang mit Gelb Äh, A, E, O, U Äh, ein E ist dabei Vokal Mit Gelb? Ja, Gelb Vokal Dann machst du Grün Läuft Gelb, Grün Dann machst du Grün, Gelb Gelb, äh, Gelb, Grün, Blau Dann drückst du Grün, Gelb, Rot Okay Gelb, Grün, Blau, Rot Dann drückst du Grün, Gelb, Rot, Blau Noch ne Runde Gelb, Grün, Blau, Rot, Grün Dann drückst du Grün, Gelb, Rot, Blau und dann wieder Gelb Gelb? Mhm Okay Dann fängt Gas an Dann machen wir das Wort als nächstes Welche mit den fünf Buchstaben? Ja Äh, erste ist X Warte, warte, warte X X L L L Y D R Z Z Z Z Wenn du Zeit hast gibst du direkt die zweite Reihe und die dritte noch Du brauchst direkt beide G, S, Y, A, K, F. Okay. Hier möchte ich mir keine Pause können. Die dritte Reihe ist Q, Z, M, W, Y, R. Okay, dann ist das L, L, A, R, L, A, R, G, E. G, E. Okay, letzte ist wieder das Koordinatensystem. Erster Dot ist bei E1. E1. Zweiter Dot ist bei B3. Und B3, ja. Und Position ist bei E4. Und das ist bei B4. Also, B4. Dann gehst du nach unten. Ja. Nach links. Ja. Nach oben. Ja. Nach oben. Ja. Nach rechts. Ja. Nach oben. Ja. Nach rechts. Ja. Nach oben. Ja. Nach links. Ja. Nach links. Ja. Nach unten. Ja. Nach unten. Ja. Nach rechts. Ja. Nach oben. Rechts. Gut. Das war schon ein schwierigeres Labyrinth. Das war aber auch, glaube ich, knapp von den Zeiten her. Von den Event-Knöppen. Ich habe mir überlegt, ob ich kurz pausiere. Wir sind durch mit dem. Ja. Das ging ja noch. 1 Minute 31. Das Schlimme ist einfach nur, ich darf nicht vergessen, während du mir die Eingaben sagst, dass ich nicht auf die Event-Knöpfe vergesse zu drücken. Ja, ja. Ja, das ist wahrscheinlich bei dem Labyrinth. Das schnell vergessen. Ja, deswegen. Ich habe auch den einen Timer da gesehen und dachte, oh, schneller. Okay. Who is on first? Ambiguity on the end-bombs?